Und ein Röntgen Bug auf Rha 6. Okay, wenn sie denn mit bei ist, da war sie schon mal nicht. Oh, ich muss noch ein bisschen mehr, dachte so an 4 oder so. Ja, 5. Macht er heute nicht. Und hier kommen mal Bücher. Leider nur 60. Aber naja, wir schauen mal. Okay, na dann, 10 mal voll machen im Idealfall. Geizkragen. Na los, hier den letzten schaffst du auch noch. Na, jawoll. Eins hätten wir. Oh, das ist ein Schaff so. Und die Nummer 10. Bleibt dabei. 84. So, wir schauen heute mal hier noch ein Runderein. Starten wir mal mit 80. Die waren schon mal weg. Da oben mal wackeln. Da oben mal wackeln. So, so ist... So nicht. Ach. Boah. Roter gleich ab. Na, du zeig uns mal, was vernimmt hier die. Geizkiste. Geizkiste. Tch. Okay, dampft das Ding. Fahrzeug. Neue. Tch. Kannste doch knicken. Zwei Euro, die letzten 20. Einmal nix, wie so oft. Schade. Und wir gucken mal ein paar Röntgen hier rein. Zwei Euro, los geht's. Jetzt kommen Sonnen, wollen wir sehen. Schaffter Null. Stecken die Teile. Okay, Glow, das ist eindeutig. Und hier mal eine Runde. Lot of the Ocean. Los, was vernünftiges. Ich hab gesagt, vernünftig. Muss doch nicht sein. Das ist noch eine Verlängerung. Natürlich. Man wünscht sich doch nicht mehr. Ja. Ja. Ja, wir werden heute eine Runde voll machen. Eieieiei. Vier. Na, jawohl. wenigstens eben mal geht doch 60 oh es gab noch mal fünf fast Nummer 20. Jetzt mal K ersetzt. Ja damit. Und hier war eine Runde Freispiele. 15 Stück. Los gehts. Wir wollen etwas vernünftiges sehen hier. Dein Ernst? Boah nicht mal eine Verlängerung. Okay. Übel. Und mal eine Runde Faust. Ein A. Na dann mal los. Bisschen wenig ja. A. Ja. Ah, vier. Ah, das war die falsche Farbe. Ah, fünf hätten wir ja gerne mal gesehen, auch nicht, na denn nicht, denn lässt es sein. Und hier gibt es mal ein Zusatzspiel. Okay. Na, mit Ina kommen wir noch nicht sehr weit. Wirklich jetzt? Oh, übel. Zwei. Na, Wahnsinn. Na, ganz großes Kino. Und hier kommt mal ein Shake-It-Vollbild reingeflattert. Schade, nur 30 Euro, aber sieht schon nett aus. Hübsch, hübsch, hübsch. Her damit. Oh, da brauchen wir nur noch ein paar Freispiele. Und hier mal 30 Freispiele. Los geht's. Na komm, nicht so eine Pipperlinge hier. Ja. Ja. Ja, es zeigt uns Vollbilder. Na komm, nicht so eine Pipperlinge hier. Und da... Ahhhh Komm, ihn kannst du da vollpacken hier. Eins fehlt. Ah, das sieht schon gut aus. Hübsch hübsch. Und die Nummer 30. Bleibt dabei. Und hier gibt es einen Bonus. Sollten 8 sein. Richtig. Mein Gott. Das Butter war voll. Ahhhh War so klar. Nummer 8. Los jetzt. Geizje Hütte. Und eine Runde. Und eine Runde. Magic Merode 2. Zwei. Oh, der ist mal stehen geblieben. lent ist ja. Z provem ist ja. Let's go. 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 Let's go.